Und damit willkommen zurück zu Settlement und dem leeren Gebäude von Survival. Ah komm, ich kriege mal einen neuen Einwanderer. Werkzeug, Werkzeug bräuchten wir auch. Also wir müssten Werkzeugschmieden bauen. Oh, wir müssten hier... Ich glaube wir bauen hier wirklich noch ein paar Werkzeugstahlwerke hin. Hier sind hier so Schmelzwerke. Jede Menge. Wobei, lass uns doch mal gucken, wie viel Stahl haben wir denn auf dem Lager. Bestand, bestanden. 200 nur. 200 nur. Dann sollte man vielleicht die upgraden, ne? Wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Einmal. Zweimal. Auswählen. Damit die mal alle hier... Da brauchst du Ziegel. Also wir müssen auf jeden Fall Hüttenwerkstätten und Stahlwerke müssen wir hier hinbauen. Jede Menge. Da ist keiner drin. Da ist keiner drin. Äh, ist nirgends. Wo ist mal einer? Aber guck mal hier. Da müssen wir... Damit wir zumindest ein Werkzeug kriegen. Da ist das Kesselhaus. Polizei. Kirche. Theater. Mach mal voll. Und dann gleich, ne? Wenn die neuen Einwanderer kommen, dann... Ah, wir brauchen Werkzeug. Wir brauchen Werkzeug. Wir brauchen Werkzeug. Hatte ich nicht noch zwei gebaut? Zwei Werkzeugschmieden? Da, ne? Apotheke. Hier. Da sind sie. Unsere Werkzeugschmieden. Da sind sie. Da sind sie. Meine Bestellung ist angekommen. Ja, sehr schön. Neue Saatgut, neue Saatgut, neue Saatgut. Brokkoli, Mais und... Was hatten wir denn noch? Baumwolle, ne? Genau. Brokkoli, Weiß. Hallo? Ein Wanderer? Wo ich mein Rathaus... Da, ich mein Rathaus. 32 annehmen. Immer mal voll hier. Sucht euch mal eine Werkstatt hier. Guck mal da. Da packen wir rein. Da muss einer rein. Da bauen wir zwei rein. Polizei muss einer rein. Da in das Kesselhaus muss einer rein. Da in das Kesselhaus. Da ins Sägewerk packen wir einen rein. Guck mal da. Ins Krankenhaus muss einer rein. Da muss einer rein. Wobei, da würde ich gerne noch einen reinsetzen. So. Was haben wir hier? Das Polizeirevier ist auch leer. Ja, wir müssen auffüllen. Guck mal da. Das Krankenhaus muss auch einer rein. So. Da fehlt es an Fleisch. Da, das Krankenhaus muss auch einer rein. Und damit sind die Einwanderer auch wieder weg. Da muss auch noch einer rein. Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Da müsste auch noch einer rein. So. Ja, das fehlt ein Werkzeug, ne? Wir brauchen Werkzeug. Da packen wir auch einen rein. Und dann muss ich die Apotheken. Geht ja nicht anders. Die müssen wir dann nachher erstmal leer lassen. Die müssen wir dann erstmal leer lassen. Wer hat mir hier so behauptet. Ich glaube, Tapper hat versucht, eine Straße zu ziehen, ne? Da ist die Kirche. Da muss auch einer rein. Da muss auch einer rein. Ich habe kein Werkzeug mehr. Aber es kommt ein Handelsschiff. Vielleicht haben die ja dann Werkzeug drauf. Vielleicht haben die ja dann Werkzeug drauf. So, wir haben Lebensqualität ist auch drei. Unterhaltung, Villa. Bildung. Den müssen wir auch nach Hautkrankheit, Masern. Handel. Bergbau haben wir auch soweit. Müll, Deponie. Du kannst Berg und Flüsse ins flaches Gelände formen. Oh, das ist sehr gut. Landwirtschaft haben wir auch hier. Bio-Weide fehlt noch. Produktion von Schlachtproduktion außer Fleisch plus und 100%. Hier müssen wir auch noch Bäckerei, ne? Und dann hier. Hat die gleiche Funktion wie eine Bäckerei. Produziert eine größere Vielfalt. Ja, siehste. Hier müssen wir auch noch hin. Ah, es gibt noch so viel zu tun hier. Es gibt noch so viel zu tun. Aber als allererstes brauchen wir Werkzeug. We need Werkzeug. Und das in großen, großen Mengen. So, rein da. Können wir da noch einen zweiten reinbauen, ne? Könnten wir da? Ah, 150 Werkzeug fehlen. Das ist eine Menge, ne? Ist eine Menge. Da fehlt ein Zielofen. Was sagt denn? Baumaterialien, Glas. 200. Ist auch nicht die Welt, ne? 200 Glas. 200 Glas ist eigentlich gar nichts. Wir sollten vielleicht mal gucken, dass wir das hier alles mal gesteigert kriegen. So, ins Unermessliche. Dass wir da tonnenweise an Ressourcen dann haben. Ich glaube, das wäre sinnvoller. Aber da wir ja im Moment nicht bauen, brauche ich auch kein Glas. Wir gehen nämlich jetzt erstmal auf Ziegel. Nur komplett auf Ziegel, damit wir die hochkriegen. Damit wir hier mal alles verstärken können. Da fehlt es an Stahl. Da fehlt es an Stahl. Das verdiene ich dann hier die ganzen Stahlwerke mal aufbessern können. Damit wir die mal aufbessern können. Ne? Der ist gleich auch fertig. Sehr schön. Die zwei Apotheken machen wir dann auch auf. Zwei lassen wir zu. Erstmal. Und dann gucken wir mal. Leben. Da brauchen wir Leben. Und da könnten wir dann auch auf Leben gehen, ne? so. Damit wir das mal so langsam alles wieder in den Griff kriegen. Caleb. So, da packen wir auch noch einen rein. Dann können wir da. So. Werkzeug, 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 Stahlwerkzeug am besten. Ob sie sieht. Ob sie sieht, den Werkzeug. Stabiles Werkzeug. Aller kriege ich schon alles hin. Das kriegen wir schon alles hin. Gärtnerei fehlt einer. Da fehlt einer. Was sagt hier die Abteilung? Krankenhaus fehlt einer. Die laufen alle. Da muss auch noch einer rein. Da muss auch einer rein. Ah, da müssen zwei rein. Da ist Kesselhaus, da muss einer rein. So, der Rest ist abwarten. Der Rest ist abwarten. Da müssen wir warten. Ah, guck mal, wir kriegen auch Spirituosen. Tabak haben wir auch. Werkzeug geht so langsam wieder runter. Ganz langsam. Ganz langsam geht das wieder runter. Im letzten Jahr, in der letzten Jahreszeit gab es 21 Geburten. Oh, das ist auch so. Das ist auch cool. Dann gehen die nämlich auch wieder hoch. Fährt an Zegelsteinen. Wir brauchen Zegelsteine. Ich würde nämlich gerne hier alle upgraden. Wirklich alle. Damit das da mal so langsam vorangeht hier. Da können wir auch noch einen reinpacken. Da können wir auch noch einen reinpacken. Damit wir das alles schön kriegen. Eisenwerkzeug. Verarbeitet, ja. So, den packen wir da auch rein. Der ist, der ist, der ist. Die habe ich auch. Der fehlt. Der fehlt auch. Die beiden habe ich. Den habe ich auch. Die beiden fehlen auch. Ich habe kein Werkzeug mehr. Ich habe kein Werkzeug mehr. Wir könnten bei Logistik. Lieferung. Das habe ich, ne? Tierkraft. Merkt der Handelsbosten, Umschlagstation, Vorratsstation, können Pferde oder Esel für den Transport einsetzen, um die Lastgrenze um 500% zu erhöhen. So soll ich die beiden vielleicht als nächstes machen. Oder Bäckerei. Für die Bäckerei brauche ich aber die Marmeladenwerkstatt, ne? Ja. Rüben, Zuckerrohr, Ahon-Saft. Wird von Ahon-Bäumen in den Obstgarten geworden. Kann in der Zuckerfabrik zu Zucker raffiniert werden. Also brauchst du entweder Rüben oder Zuckerrohr, ne? Eins von beiden brauchst du dann da. Lebensqualität. Bildung 2. Ja, da müssten wir auch mal, ne? Da. Bergbau ist auf 3. Da ist auf 2. 2. 2. Und Handeln ist auf 1, ne? Handeln ist halt... Handeln ist halt, ne? Wer will schon handeln? Wir können... Och, guck mal. Ach du Kacke, du ahnst es ja nicht. Bandagen. Baumwolle. Medizinisches Öl. Könnte man daraus machen. Können wir wirklich daraus aus Fett... Ich hab keine Fischernetze. Ich hab keine Fischernetze! Ich hab keine Fischernetze! Nein! Ah! Wir haben... Scheiße! Wieso hab ich denn keine Fischernetze? Ah! Ich brauch noch ein paar Seilereien. Oder wir gehen von Körbe auf Seile. Geht das? So. Ah! Kacke! Keine Fischernetze! Die hab ich nämlich noch nie... Noch nie hab ich die gesammelt, die Kiste. Noch nie! Erweitert ist es. Das heißt, ich könnte hier dann... Den zur Lagerung von Gegenständen Arbeiter transportieren, gelagert waren zu lagern außerhalb der Reichweite. Wenn ich den hier reinbaue oder hier... Wobei ich glaube, hier wäre so echt noch am sinnvollsten, ne? Bauen wir den da rein. Bauen wir den da rein. Und gut ist. Da ist jetzt mal auch ein rein. Werkzeug... Ja, Werkzeug wird zu langsam, ne? Dauert aber es wird. Der ist. Den müssen wir. Kohle braucht man nicht. Der ist auch. Den wählen wir auch aus. Und da fehlt mir schon wieder, ne? Aber ist nicht schlimm. Es wird. So langsam wird es. Die werden auch alle gebaut. Der ist so langsam fertig. Finde ich Ziegel. Aber das ist ja nicht schlimm. Die kommen ja gleich. Werkzeug geht so langsam auch wieder runter. Wunderbar. Wunderbar. Friedhöfe sind auch voll, ne? Das heißt... Ich habe da hinten einen kleinen nur, ne? Der ist auch voll. Was ist denn, wenn wir hingehen... Oder ich hier irgendwo noch einen Friedhof hinbaue? Irgendwo ist nur die Frage, wo, ne? Ist nur die Frage, wo? So. Das, dann würde ich die Straße nämlich gerne da weiterführen. So. Da weiterführen und dann könnten wir hingehen, ich würde dann hier, hier würde ich den Friedhof glaube ich noch reinbauen. Friedhof. So ist zu groß. 20 mal 18 ist zu groß. 19. Also kannst du höchstens 20 mal 20 machen. Ja. Bauen wir den da rein. Bauen wir den da rein. So. Bauen wir den da rein. Und das haben wir, das haben wir, das haben wir. Cool, hat ich gesagt, braucht man nicht. Ne. Da fehlen die Ziegel. Da können wir noch einen rein setzen. Bim, 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 da können wir auch noch einen reinsetzen. So. Da setzen wir auch noch einen rein. So. Dann kriegen wir das doch auch, ne? Medizinisches Öl. Ist auch wieder weg. Ist auch wieder weg. Na, Mensch. Ein Handelsschiff ist im Afen. Ja, sehr schön. Was handeln wir denn heute? Zeig mir mal, was wir handeln. Was hast du denn schönes? Zuckerrohr? Bienenwachs? Bienenholz. 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 Rohstoffe. Bretter. Lebstmalz. Bienenwachs. Fett ist. Fett haben wir keins, ne? Das heißt, wir müssen Fett oder Bienenwachs dann. Zuckerrohr kann ich nicht anbauen. funktioniert nicht ich würde gerne sehr gerne das werkzeug nehmen dann das bier 500 die spiritusen brauchen wir auch dann würde ich gerne noch nehmen medizinische medizinische alkohol kann ich sowieso nicht weil ich nicht freigeschaltet haben funktioniert nicht medizinische seife habe ich bienenwachs bienen ja kommen nehmen den bienenwachs noch dazu nehmen wir den bienenwachs noch dazu so und der rest ist in kohl noch dann brauchen wir 20.200 19.840 dankeschön 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 da kann man auch noch einsetzen das läuft das läuft das läuft und dann müssten wir hier unten eigentlich umschwenken auf bienenwachs geht gar nicht nur das geht nur fett kann in der mitzgerei fleischprodukte gewonnen kann in der seife mitzgerei wir bräuchten auch vielleicht ein paar mitzgereien hier bräuchte vielleicht auch noch ein paar mitzgereien da haben wir ein grillhaus ne mitzgerei habe ich schon da sind mitzgereien da sind mitzgereien zwei stück habe ich mitzgereien 12 drei ich habe nur drei stück ne 44 stück nur dann könnten wir eigentlich hingehen wir wollten ja die drei häuser hier die sollten ja sowieso weg da könnten wir hier mitzgereien nur hinbauen wenn wir hier schön noch drei metzgereien 12 die passt nicht und kriegen wir dann darunter das passt dann dann reißt man das stück straße da raus so da hat dann die metzgereien rein dass der da nicht passt egal den machen beim nächsten mal einfach mal anheben oder so einfach mal anheben dann passt das schon